in deiner Kraft ganz authentisch zu sein, ganz du selbst. Und dann lenk mal deine Aufmerksamkeit ein wenig höher das Herz-Chakra, Anahata-Chakra. Also was mittlerweile wissenschaftlich belegt ist, dass unsere Herzregion die stärkste Energie ins Außen schickt. Und zwar ist das tatsächlich messbar, das geht bis zu fünf Meter, ist das messbar, dass in einem Radius um uns herum Energie nach außen strahlt aus dem Herzbereich heraus. Das Anahata-Chakra ist auch das stärkste Chakra, das wir haben. Und dort sitzt, wie soll es anders sein, die Liebe, dein Mitgefühl, deine Empathie. Und das macht auch wirklich Sinn, denn wenn dieses Leben sich entfalten möchte, dann muss der Ursprung die Liebe sein. Die Liebe möchte nichts beherrschen, die Liebe möchte einfach nur sein lassen. Dannhatsch. Ja. 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 Ja.